Ach, wenn ich das sehe, da denke ich wirklich, wo ist der Verstand geblieben? Ach, die Leute haben die Religion nicht verstanden, aber das ist unsere Lage, die wir heute in Deutschland haben. Das ist unsere Lage, die wir heute in Deutschland haben. Die Leute sind sozusagen vom Iman her auf der Intensivstation, die sind so im letzten Atemzug, verstehst du? Und deswegen wollen die alles nur Friede, Freude, Eierkuchen haben. Das ist das Problem. Die sind wirklich auf der Iman-Intensivstation. Subhanallah, achi, es kann doch nicht sein, dass jemand den größten Unsinn erzählt, dann heißt es, hey, hört doch auf, wir sind doch alle Brüder. Ach, es geht um die Religion. Die Leute haben grundsätzlich nicht verstanden, worum es geht. Das geht nicht um, 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 weiß ich nicht, um, er kriegt das Ticket zum 1. FC Köln jetzt billiger im Stadion oder was. Es geht um die Religion, achi. Hört doch auf, Mensch, warum denn? Streitet euch doch nicht. Mensch, warum denn? Hört doch einfach auf. Das ist eine neue Bidda. Das ist eine neue Bidda, achi. Das ist die Bidda, ja, in dem, wo wir übereinstimmen, helfen uns gegenseitig, und in dem, wo wir nicht übereinstimmen, das heißt, wo ich der Meinung bin, dass der andere im Dalaal-Weg ist, schweigen wir. Entschuldigen wir uns gegenseitig. Ach, ist eine gewaltige Sache. Wie weit soll das gehen? Demnächst kommt irgendwie, kommt der Nächste, kommt jetzt demnächst, der erzählt, ja, Erbsünde ist im Islam, gibt es im Islam. Stell dir vor, ich stehe jetzt hier, ich sage jetzt, Leute, ihr müsst wissen, die Erbsünde gibt es doch im Islam. Beweis, vielleicht finde ich irgend so einen verdrehten Beweis, wacht mal. Ja, aber das passt nicht zur Erbsünde, sondern, wie bitte? Ja, okay, hast du eigentlich recht, ja, genau. Wer also etwa eine schlechte Tat einführt, so hat er die schlechte Tat auf sich, und die dem folgen. Aber eigentlich ist das, ja, warte mal, es gibt bestimmt was Besseres. Zum Beispiel, der kommt einfach so mit Hautfarbe oder so, das wird ja auch vererbt, genau so schlechte Taten, wenn er aufhört. Irgend so ein Blödsinn, ja. Es gibt ja nun mal im Islam keine Erbsünde, deswegen finde ich auch jetzt keinen Beweis dafür. Aber verstehst du? So, da sage ich jetzt ja, die Erbsünde gibt es auch im Islam. Das heißt, wenn dein Vater eine Sünde gemacht hat, wirst du auch bestraft. Da kommt jetzt jemand und sagt, ja, schreib dich an, Pia Vogel, du hast da und da das und das gesagt. Kein Kommentar. Drei Monate, kein Kommentar. Was macht der? Dann macht er ein Video, sagt ja hier, Pia Vogel erzählt, es gibt im Islam die Erbsünde. Hey, und dann sagst du, warum greift der den Bruder denn öffentlich an? Mensch, ist doch alles nicht so schlimm. Der hat ja nur gesagt, es gibt Erbsünde im Islam. Mensch, warum regt ihr? Mensch, habt euch doch alle lieb. Hört doch einfach auf. Warum? Was soll das denn alles? Mensch, müsst ihr euch denn gegenseitig angreifen? Und dann sage ich danach, du hast mich öffentlich angegriffen, aber ich verzeihe dir für Allah. Naja, das ist ein Insider-Witz. Der ist für Insider. Der ist für Insider. Du hast ihm dann geholfen, dass er den Fehler repariert hat, und dann sagt er, ich verzeihe dir für Allah, dass du mich öffentlich angegriffen hast. dass du öffentlich meinen Fehler widerlegt hast. Sufjanathori, der ging einem Mann vorbei, der ging einem Mann vorbei, bis er gesagt hat, achi, so ist unsere Religion aufgebaut. Unsere Religion, jeder Hadith, der hat einen Ismat, achi, da wird geguckt, wer ist diese Person, die das erzählt? Und was erzählt die? Da wird geguckt, was wird erzählt? Die ganze Religion ist so. So ist die ganze Religion aufgebaut. Achi, nimm dir irgendein Buch daraus, von den ganzen Hadith beschrieben. Die ganze Religion ist aufgebaut, zu gucken, wer erzählt es? Was ist die Lage, von dem er das erzählt? Und was erzählt er? Wenn der Unsinn erzählt, wird nicht angenommen. Sufjanathori, der geht an einem Mann vorbei, da sagt er, Kazeb, sagt er, Lügner, sagt er über diese Person. Lügner, Kazeb, sagt er. Und dann sagt er, Wallahi, Wenn es mir erlaubt wäre, wenn es mir erlaubt wäre, zu schweigen, sagt er, wenn es mir erlaubt wäre, zu schweigen, ich würde schweigen, wird er sagen. Aber ist ihm nicht erlaubt zu sagen. Warum? Weil er muss die Leute warnen vor dem Lügner. Er muss die Leute warnen vor dem Lügner, weil dieser Typ zum Beispiel Unsinn erzählt in der Religion und Lügen erzählt. Und da sagen die nicht, Hey Sufjanathori, einer der größten Imame der Umma, warum redest du so schlecht über den? Ja, weil es darum geht, die Religion zu schützen. Yahya Ibn Maim sagt, Die Verteidigung des Sunnahs ist besser als der Dschihad auf dem Weg Allahs. Weil was nützt ja der Dschihad, wenn du gekämpft hast und dann kommt die kaputte Religion rüber, die schon verdreht und verfälscht ist. Dann bringt dir das auch nicht mehr viel. Was wird dir heute, was wird einem Christ heute Dschihad bringen, wenn ein Christ Dschihad macht und er führt das Christentum ein? Bringt ihm das was? Du hast eine falsche Religion rübergebracht. Das heißt, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Deswegen, wenn man so, wenn man die, wie gesagt, wenn ich so einen Quatsch höre, dann stehe ich mir echt die Haare zu Berg. Ach, mit dem Handball. Ein Mann kommt zu ihm. Was sagt er zu ihm? Der sagt, mir fällt es schwer zu sagen, diese Person ist so und diese Person ist so. Was sagt Ahmed im Handball? Und das ist eine Grundlage unserer Religion. Ach, die ganze Religion ist so aufgebaut. Jeder übersetzt, jeder, jeder Überlieferer, da wird gesagt, wie der ist, was der ist und so weiter. Da gibt es Bücher drüber. Wer ist diese Person? Was erzählt der? Hat der eine Lüge erzählt? Wird der Hadith vielleicht gar nicht mehr angenommen? Subhanallah. Ach, da wird genau geguckt, was erzählt wird. So wird unsere Religion geschützt. Und heute kann jeder was erzählen. Heute kann jeder was erzählen. Erzählt sich, guck mal, dieser Mann hat keinen Plan, der macht Fehler am laufenden Band, dann sagt er, dann kommt die, ja, jeder macht ja Fehler. Stimmt, jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Aber was für Fehler? Das ist hier die Frage. Und wie viel Fehler? Und was für Fehler am laufenden Band? Jeder macht Fehler. Das stimmt. Ja. Nur ob man die auch dann irgendwann mal zurücknimmt. Nur Problem ist, wenn man sich selber erwischt, dass man in jedem Vortrag eine Handgranate loslässt, ja, dann muss man irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man am besten den Mund hält. Ganz einfach. Weil kann ja nicht sein, dass man bei jedem Vortrag irgendeine Bombe loslässt. Die Hand wird beim dritten Mal abgehackt. Nee, nicht beim dritten Mal. Wo steht das denn? Wo hast du den her? Bei jedem Vortrag eine Bombe. Da muss man ja irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man es vielleicht doch nicht drauf hat. Aber Problem ist, wenn man dann Kibar hat im Herzen, dann lässt man es. Achhi, Wallahi, wenn zu mir einer kommt, Achhi, und sagt, was auf, hier, und zeigt mir solche Sachen, ich höre sofort, auf Dauer zu machen, Achhi, und gehe sofort lernen. Ich höre sofort, auf Dauer zu machen, ich gehe sofort lernen, mach den Mund nicht mehr auf. Glaub es mir. Aber das ist das Problem, was wir heute haben, Achhi. Subhanallah. Imam Ahmed wird gefragt, mir wäre es schwer zu sagen, diese Person ist so, diese Person ist so. Was sagt er? Wenn ich schweige, und wenn du schweigst, wie soll derjenige, der Unwissen ist, wissen, was richtig, was falsch ist? Was gesund ist, und was falsch ist, was krank ist? Wie soll das wissen? Ahmed ibn Hanbal, da kommt jemand zu ihm, sagt zu ihm, Arrajul, ja, sagt Arrajul, Yesun, wa yusalli, wa yataqif, ahabba eleik, au yataqallam fi ahal al-bida. Der sagt, was ist dir lieber, was ist dir lieber, Ahmed ibn Hanbal? Ein Mann, der fastet, der betet, der etikaf macht, etikaf, also der betet freiwillig, der fastet freiwillig, der macht etikaf, übernachtet in der Moschee, überbringt den ganzen Tag im Gottesdienst, oder das Reden über al-ul-bida, um die Leute zu warnen. Was sagt Ahmed ibn Hanbal? Iza qama, wa salla, wa itaqafa, fa innama hua, al-ul-bida, wenn er betet und fastet, wenn er steht und betet und er etikaf macht, sagt, das ist für ihn selber. wa iza taqallama fi ahal al-bida, fa innama hua lil muslimin, wa thalika aftal. Aber wenn er über die al-ul-bida redet, dann ist das für die Muslime, für die ganze Ummah und das ist besser. Das sagt Ahmed ibn Hanbal, rahimallah. Ja und wie gesagt, da gibt es so viele Aussagen, die kannst du gar nicht alle aufzählen. So ist die ganze Religion aufgebaut. So ist die ganze Religion aufgebaut. Da müsstest du sagen, die haben alle nur gelästert. Die ganzen Bücher von Jarua Tadil geht es nur um bestimmte Personen. Und natürlich ist es auch heute noch so, wenn du siehst, da ist jemand, der Unsinn erzählt, da musst du den Leuten ganz klar Bescheid sagen. Und das größte Verbrechen ist es, wenn dann auch noch Leute kommen von al-ul-hawa, die sich diese ganze, von den Gelüsten, die sich diese ganze Sache schönreden, nur damit sie ihr Sprungbrett, wo sie ihre seltsame Dauer weiterführen können, nicht kaputt machen. Und versuchen, jeden Fehler zu entschuldigen, obwohl sie ganz genau im Inneren ihres Herzens wissen, dass man solche Leute zum Schweigen bringen muss. Das musst du dir mal vorstellen, Achie. Und dann muss ich mir so einen Schwachsinn von irgendwelchen Brüdern anhören, die keine Ahnung von Islam haben. Ach, habt euch doch alle lieb. Ist doch alles nicht so schlimm. Doch, natürlich ist das schlimm. Hier müssen wir das Gehirn einschalten und die Augen aufmachen. Ich nutze den Sagen. So, das ist schlimm. Das gehört zum Schutz der Religion dazu. Zum Schutz der Religion ist es, dass man Fehler offen verkündet. Insbesondere, wenn die nicht zurückgenommen werden. Oder dann mit öffentlichem Druck werden die dann irgendwann mal so halb zurückgenommen.